Alpen Academy, so heißt der Kaspar-Verein hier und neben meiner vorläufig stillgelegten Website und einem YouTube-Kanal gibt es hier nichts viel zu sehen. Das ändert sich ab heute. Kurz will ich erklären, wieso, weshalb, warum. Die Alpen Academy war kein Projekt, das ich ins Leben gerufen habe, um euch zu zeigen, dass ich alles besser weiß, sondern um einen Platz zu schaffen für Diskussionen, für Meinungen und für Austausch in der Berglandschaft. Diesen Platz wollte ich lediglich etwas beisteuern, indem ich mein Wissen für euch aufbereite. Ursprünglich hätte das mit der aktuellen Alpen Academy Website so auch funktionieren sollen. Es hat sich nur herausgestellt, dass die Website so für mich nicht funktioniert, deshalb bekommt sie Ende April einen neuen Look mit deutlich besserer Übersicht und deutlich mehr und aktuellen Funktionen. Doch die Website hat mit dem ganzen hier jetzt mal eigentlich auch noch nichts zu tun. Viele aus der Community sind unglaublich aktiv, haben zu allem meine Meinung und schätzen den Austausch in der Kommentarspalte und das ist genial. So sollte es auch sein. Doch die YouTube-Kommentare haben einen Nachteil. Alte Videos bekommen selten noch die Aufmerksamkeit in der Community. So bleiben oftmals Fragen offen oder werden nur noch von mir gesehen und beantwortet. Dabei könnte die geballte Power der Community so viel intelligenter sein als ein Kommentar von mir. Deshalb gibt es ab heute zwei Möglichkeiten, Teil einer engeren Community zu werden. Ich habe eure Antworten und die Abstimmung bezüglich der Community-Möglichkeit ausgewertet. Und ja, ich weiß, viele von euch fanden Signal cool, viele von euch fanden Facebook cool, viele von euch fanden Telegram cool. Ehrlicherweise, ja, ich finde das auch alles cool. Ich fand aber auch alle anderen Optionen sehr cool. Da ich die Kanäle aber nicht über sämtliche Möglichkeiten auffächern will, weil das sonst zu einem unüberschaubaren Chaos würde, habe ich mich für zwei Möglichkeiten entschieden und hoffe, dass möglichst viele von euch Interesse an dem Projekt haben. Denn in erster Linie ist es erstmal ein Projekt und wir schauen einfach mal, wie sich das so entwickelt. Kommen wir zuerst zum einfacheren, der WhatsApp-Gruppe. Ihr könnt mir per Mail an kontakt.alpenacademy.at oder bei Facebook oder bei Instagram oder übers Kontaktformular auf der aktuellen Website, wie auch immer, eure Telefonnummer zukommen lassen und ich werde sie dann in die WhatsApp-Gruppe hinzufügen. Ich blende jetzt die Nummer hier so nicht ein. Das hat folgenden Grund. Ich will nicht, dass quasi ganz YouTube diese Telefonnummer einfügen kann und dann eben bei der WhatsApp-Gruppe sich sozusagen reinschleichen kann und eure Privatsphäre und eure Telefonnummern abgreifen kann. Das ist so ein kleines Sicherheits-Backup, das ich schaffen möchte, um so ein bisschen die Community-Privatsphäre zu wahren. In der WhatsApp-Gruppe können wir uns alle gemeinsam über den unterschiedlichsten Blödsinn austauschen und genau das ist der Sinn. Ohne viel System kann man sich hier über aktuelle und nicht aktuelle Themen beim Bergsteigen unterhalten, was einen gerade beschäftigt, wo man sich nicht auskennt und ob er Erfahrungen mit XYZ hat und so weiter. Die Gruppe kann auch dafür verwendet werden, Touren-Buddies zu finden, neue Leute für die Berge kennenzulernen und zusammen Projekte ins Leben zu rufen. Wichtig, keine Party ohne Regeln. Wir müssen auf ein nettes Miteinander achten. Nachdem wir viele Einsteiger aber eben auch Fortgeschrittene in der Community haben, will ich nicht, dass wir hier wie in manchen Facebook-Gruppen ja eine für eine dumme Frage, dumme Frage, runtergemacht wird und der andere ständig mit seinen Tourenbildern angibt. So wird das nämlich kein nettes Miteinander. Also Beleidigungen, Streitereien und Co. sind definitiv ein No-Go. Das gleiche gilt übrigens auch für Werbung. Werbung für Gewinnspiele, Werbung für das Network-Marketing-Unternehmen 2021 und Co. sind absolut unerwünscht. Klar, man kann über Sachen abseits des Bergsteigens reden, überhaupt kein Thema, aber Spam und Co. das geht einfach gar nicht, also lasst es auch bleiben. Abgesehen davon bleibt die WhatsApp-Gruppe ihrem Lauf überlassen. Hier ein Manifest mit Regeln und Gesetzen vorzustellen, ist mühselig. Deshalb schauen wir einfach mal, wie das so läuft. Ich bin sicher, das wird ganz großartig, weil wir eine coole Community mit netten Leuten und einfach alle bergbegeistert sind. Kommen wir nun zu Möglichkeit Nummer 2, Discord. Discord ist eine Anwendung, die sicherlich nicht jeder und jedem ein Begriff sein wird. Ich möchte sie euch deshalb nun vorstellen. Der große Vorteil gegenüber der WhatsApp-Gruppe ist, dass man hier mit etwas mehr Systemen vorgehen kann als bei WhatsApp. Hier sind die Themen in einzelne Räume unterteilt. Man kann ganz einfach auch miteinander quatschen über Sprachkanäle und viele witzige Dinge machen. Hier wird es dann auch nochmal richtig coole Events geben, wo wir Sachen im kleinen Kreis zusammen machen können, Pläne für die Weltherrschaft schmieden, wie man das eben so kennt. Doch nun erkläre ich euch noch, wie das Discord-System funktioniert und ihr euch mit dem Alpen Academy Discord-Server verbinden könnt. Zuerst mal am Computer und dann zeige ich euch im Anschluss auch gleich nochmal, wie das bei der App am Smartphone funktioniert. So, um jetzt auf den Discord-Server zu kommen, brauchen wir den Link, den ihr entweder eingeblendet euch abgetippt habt. Das würde ich euch nicht so sehr empfehlen. Oder ihr holt den euch einfach aus der Videobeschreibung. Da ist der nämlich auch nochmal drinnen. Und diesen Link kopiert ihr dann einfach bei euch im Browser in die Leiste rein. Zack. Da meldet ihr euch dann mit eurem Benutzernamen an. Falls ihr noch keinen Benutzer bei Discord habt, müsst ihr euch einregistrieren, sonst könnt ihr da so nicht zugreifen. Beziehungsweise euch dann jetzt so einfach anmelden. Falls ihr Discord am Handy verwendet, könnt ihr euch dann, wenn ihr das jetzt am Computer hier macht, auch mit QR-Code einloggen. Aber ich melde mich da jetzt einfach mal mit einem unter Anführungszeichen fremden Benutzer an, damit ihr mal seht, wie das dann letztlich aussieht. So. Und jetzt sind wir hier am Alpen Academy Community Server. Und hier sehen wir einige Kanäle. Das Links tut jetzt mal nichts zur Sache. Ihr seid hier am Alpen Academy Community Server. Und hier finden wir einige spannende Dinge. Das sind Kanäle. Hier einmal Textkanäle, hier einmal Sprachkanäle. Das heißt, wir können auch gemeinsam uns unterhalten. Hier habe ich eine kleine Bühne eingerichtet für kleinere Live-Events, die ich mir mal überlegen werde. Und hier gibt es auch ein paar Infos und so weiter. Die Sache ist aber die, ihr könnt hier nichts sehen, wenn ihr gleich am Anfang hier auf den Server kommt, sondern ihr könnt nur in erster Linie mal hier diese Nachricht hier lesen. Diese Nachricht ist im Prinzip unser Regelwerk. Das gilt hier ganz klar und deutlich und ohne Ausnahme am kompletten Server. Es geht hier um Grundregeln. Ich will hier jetzt keine großartigen Vorgaben machen, aber ich möchte definitiv ein paar Rahmenbedingungen abstecken, damit wir hier gut miteinander klarkommen. Dann gibt es hier noch das Kanalsystem. Damit meine ich diese Text- und Sprachkanäle. Haltet euch grob daran. Es geht nämlich darum, dass wir ja versuchen wollen, möglichst eine Ordnung reinzubringen. Die Idee hinter Discord, warum sie so viel besser und organisierter funktioniert als WhatsApp. Die WhatsApp-Gruppe ist ja auch, dass wir hier einzelne Kategorien angelegt haben, in denen wir uns miteinander austauschen können. Und so finden wir immer die richtige Kategorie, die wir gerade suchen und können uns da dementsprechende Infos holen, chatten, wie auch immer. Und auch in den Sprachkanälen, da sollte es ungefähr dann auch darum gehen, worum es eben geht. Es ist aber in erster Linie bei den Sprachkanälen nicht so wichtig, aber damit eben die Textkanäle halbwegs sortiert sind. Hier könnt ihr euch noch informieren. Hier werde ich immer wieder Sachen reinposten, die zum Thema YouTube aktuell sind, die zum Thema Alpen Academy aktuell sind und so weiter. Und wie können wir das jetzt alles sehen? Das ist natürlich die große Frage und zwar, indem wir hier einfach beim Regelwerk einfach einen Daumen hoch geben. Zack! Und schon sind wir hier freigeschalten für die einzelnen Kanäle und können dann hier dementsprechend auch etwas tippen und absenden. Das ist quasi ein ganz normaler Chat. Wir können uns dann auch hier in die Sprachkanäle reinsetzen und können hier dann dementsprechend plaudern. Wenn ihr das Ganze nicht immer über das Internet verwenden wollt, dann könnt ihr das auch, das Programm Discord, auch einfach auf der Website runterladen. Ich lege euch da auch nochmal einen Link in die Videobeschreibung rein, damit ihr da direkt zum Download vom Programm kommt, damit ihr nicht immer wieder das Internet verwenden müsst, also damit ihr nicht immer wieder den Browser starten müsst. Und so könnt ihr euch diesen Umweg dann sparen. Wenn ihr aber sagt, ihr wollt kein extra Programm am Computer haben, dann könnt ihr das auch jederzeit über die Web-Applikation machen, also immer wieder über diesen Link bzw. dann eben über die Discord-Homepage dann einfach immer wieder neu reinkommen. Den Einladungslink per se braucht ihr nämlich dann nicht mehr, sondern ihr könnt dann einfach über die Discord-Homepage und euren User sozusagen, wenn ihr euch bei Discord einloggt, seht ihr dann immer oben links hier dieses Alpen Academy Community Symbol und hier könnt ihr dann immer joinen und seht, was es Neues gibt und mit wem man sich gerade so unterhalten kann. Ja, das ist im Prinzip alles zur Web-Applikation und jetzt bzw. zum Programm, das unterscheidet sich nicht wirklich, das sieht optisch auch nicht anders aus, funktioniert genauso. Und jetzt schauen wir uns noch die App an. Falls ihr Fragen zur Web-Applikation habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich versuche euch da so gut wie es geht weiterzuhelfen. Im Prinzip ist aber das ganze System sehr, sehr einsteigerfreundlich und dementsprechend sollte da nicht viel schief gehen. Wie gesagt, beim Regelwerk einfach den Daumen hoch geben, wenn ihr diese Regeln akzeptieren könnt. Wenn nicht, dann würde ich euch bitten, den Discord-Server nicht zu verwenden, weil da kommt es dann letztlich zu Streitereien oder zu sonstigen unguten Situationen, die wir eigentlich ja nicht unbedingt wollen. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze noch in der App an. So, wenn ihr euch die Discord-App runtergeladen habt, dann kommt ihr erstmal auf den Discord-Startbildschirm, wo ihr auch eben dementsprechend anmelden könnt. Ihr könnt die Einladung auch über die App verwenden. Das bedeutet, wenn ihr jetzt das Video am Handy schaut und ihr wollt euch über die App quasi einloggen, dann könnt ihr den gleichen Link anklicken und er wird euch dann fragen, ob ihr das Ganze über den Webbrowser oder eben über die Discord-App starten möchtet. Wenn ihr die Discord-App schon installiert habt, öffnet er die Discord-App ganz automatisch. Und hier gebe ich jetzt einfach ganz normal meine Zugangsdaten an, registrieren muss ich mich so oder so immer und komme dann eben auch gleich in die dementsprechende Gruppe auf den Server hinein. Und jetzt habe ich mich vorhin schon da angemeldet, deswegen bin ich da jetzt schon drin, aber bei den Berechtigungen sehe ich genau das Gleiche. Hier sehe ich wieder die ganzen Channels, kann eben nichts machen, sondern nur im Regelwerk hier mir das Ganze durchlesen, so wie in der Web-Applikation eben auch. Dann kann ich dem Ganzen durch einmal tippen auf den Daumen hoch zustimmen und habe dann auch eben hier die Möglichkeit, die ganzen verschiedenen Kanäle nicht nur zu betreten, sondern auch hier, wir sehen es hier von vorhin von der Web-Applikation, die Testnachricht, das Ganze kann ich jetzt hier mit dem Smartphone ebenfalls. So, nicht erschrecken, ich bin am Discord-Channel nicht Soul Lobster, sondern ich bin mit dem Account-Namen Alpen Academy vertreten. Das bedeutet, wenn ihr mit mir sprechen wollt, wenn ihr mit mir schreiben wollt oder sonst was, wenn ihr Nachrichten seht von Alpen Academy, das bin ich persönlich. Das heißt, wenn ihr mit mir chatten wollt, dann wisst ihr jetzt auch, wen ihr suchen müsst. So, und das war eigentlich die ganze Hexerei bei der App. Hier gibt es nicht viel zu sagen, über den Menüpunkt oben links könnt ihr die einzelnen Channels wechseln und ja, ansonsten für den Alpen Academy Community Server ist da gar nicht so viel Wichtiges dabei. Wenn ihr sagt, ihr habt jemanden, der sich unbedingt auch am Alpen Academy Community Server austauschen sollte, dann könnt ihr hier über Mitglieder einladen, diesen Link verwenden, um diesen zu teilen auf WhatsApp oder sonst was oder ihr schickt ihn per Mail oder ihr schreibt ihn auf ein Blatt Papier und steckt ihn in ein Kuvert und schickt ihn per Brieftaube, wie auch immer, ihr könnt das machen, wie ihr wollt, so dass der Link eben vollständig bei eurem Partner, bei eurer Partnerin ankommt, dann können die ebenfalls ganz genauso, wie in dem Video jetzt hier gezeigt, beim Discord-Server, ja, einfach dazukommen zu der Party. Ich hoffe natürlich, dass unter den beiden Optionen auch eine dabei ist, die euch interessiert und es freut mich natürlich sehr, wenn ihr Lust habt, gemeinsam regelmäßig im Austausch zu sein, coole Ideen zu finden, Projekte umzusetzen oder auch einfach Tipps und Tricks auszutauschen. Ganz egal, ob Einsteiger, fortgeschrittener Mann, Frau, dick, dünn, groß, klein, wie auch immer, ihr seid herzlich willkommen in einer Community, in der alle einfach nett, hilfreich und vielleicht auch eine Unterstützung bei einer der nächsten Touren sein könnten. Bis dahin, wir sehen uns entweder am Sonntag bei Legenden im Porträt, im Podcast oder ab sofort einfach bei Discord oder bei WhatsApp. Bergheil!